Das richtige Mundstück für sein Blechblasinstrument zu finden, ist keine einfache Angelegenheit. Vor allem geht es nicht von heute auf morgen. Wie ein Mundstück aufgebaut ist, welche Faktoren entscheidend sind und wie du herausfinden kannst, welches Mundstück für dich das richtige ist, das bearbeiten wir heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Laikam Trompetentraining. Die große Frage nach dem richtigen Mundstück, die stellt sich in der Laufzeit eines Trompeters, eines Blechbläsers natürlich häufiger. Das heißt, wenn man mal ein gutes Mundstück für sich gefunden hat, ist es noch keine Garantie, dass dieses Mundstück auch in 15, 15, 20 Jahren immer noch das richtige Mundstück ist. Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel Entwicklung, das heißt, wie entwickelt man sein Trompetespiel, wie fleißig ist man, das heißt natürlich auch, wie stark ist der Ansatz trainiert, etc. Also viele Faktoren, die wir als Mensch schon einbringen, die natürlich dann auch eine Mundstückwahl auch wieder zusätzlich erschweren. Aber wir sollten natürlich immer den Ist-Zustand nehmen, das heißt, der aktuelle Leistungsstand, auf dem du dich befindest und dementsprechend dann das richtige Mundstück finden. Doch wie ist so ein Mundstück aufgebaut? Ich habe hier ein Mundstück von Bresselmeier, das hat den Vorteil, ich kann dieses Mundstück etwas auseinanderschrauben und dann eher diese einzelnen Komponenten zeigen. Das heißt, wir haben natürlich erstmal den groben Aufbau, das heißt, oben den Rand, innen drin den Kessel, dann gibt es eine Bohrung hier vorne, das ist die sogenannte Seele, dann gibt es eine größere Bohrung, das heißt die Backbohr, dann haben wir natürlich den Mundstückschaft, das heißt, das ist dieser Teil, den du auf dein Instrument steckst. Jetzt haben wir aber noch Faktoren, wie zum Beispiel, wie ist der Rand aufgebaut? Ist es ein breiterer Rand oder ist es ein schmälerer Rand? Ist es ein gewölbter Rand oder ist dieser Rand ziemlich flach? Wie verhält er sich mit der Innenkante? Ist die Innenkante weich im Übergang zum Kessel oder ist diese Kante sehr scharf? Also auch diese Faktoren haben natürlich immer Einfluss darauf, wie ich auf dem Instrument zurechtkomme und ich einzelne Faktoren des Trompetespielens dadurch positiv oder negativ beeinflussen kann. Weiter geht es mit dem Kessel, da gibt es auch sehr, sehr flache Kessel beziehungsweise etwas tiefere Kessel. Meistens ist die Regel, umso flacher ein Kessel ist, desto enger wird der Ton, aber umso leichter fällt mir zum Beispiel auch die Höhe. Habe ich eine Innenkante, die ziemlich scharf ist, habe ich eine sehr, sehr gute Kontrolle über den Ton, dadurch fallen mir auch die Bindungen wieder schwer. Wie verhält er sich mit dem Rand? Ist es ein weicher, gewölbter Rand? Kann ich auch wieder meine Bindungen, meine Naturton-Bindungen positiv beeinflussen? Leider fehlt mir dann etwas die Kontrolle. Also ihr seht, alle diese Faktoren haben letztendlich eine Auswirkung. Das Pendel schlägt in die eine Richtung aus, aber letztendlich dann auch in die andere Richtung. Wie verhält er sich mit der Backbohr? Also wie groß ist der Luftdurchlass? Die Seele, also der Abstand des Rohres, das heißt das, was wir hier sehen, wird der Seele genannt. Und Backbohr ist letztendlich die Bohrung, die sich über das Rest des Mundstücks erstreckt. Wie fließt da die Luft durch? Ist es ziemlich eng? Fließt weniger Luft durch? Wie verhält er sich dann in der Höhe? Beziehungsweise wie klingen meine Töne? Klingt der Ton sehr, sehr scharf? Und ich möchte das dementsprechend natürlich auch, wenn ich zum Beispiel in der Big Band spiele, muss der Ton anders sein, als wenn ich zum Beispiel in einem Symphonieorchester spiele. In einem Blasorchester muss der Ton auch wieder anders sein, wie wenn ich solistisch unterwegs bin. Natürlich sollte mich ein Mundstück immer in meinen Fertigkeiten beziehungsweise Fähigkeiten unterstützen. Das heißt, ich wähle ja ein Mundstück, damit das Trompete spielen besser klappt oder besser klappen kann. Ich würde ja niemals ein Mundstück nehmen, das mich hindert, am besser Trompete zu spielen. Aber wie findet man jetzt sein Mundstück auf ideale Art und Weise? Meine Herangehensweise immer ist, in erster Linie zum Musikhaus fahren, wo natürlich eine große Bandbreite an Mundstücken für dein Instrument zur Verfügung steht. Das heißt letztendlich, dann viele Mundstücke auszuprobieren, um eine Idee zu bekommen, ob man lieber einen breiten Kessel spielt, also vom Durchmesser her etwas breiter oder etwas enger. Wie verhält er sich mit der Kesseltiefe? Will ich einen vollen, runden Ton? Brauche ich einen etwas tieferen Kessel? Will ich etwas Unterstützung in der Höhe haben? Dann brauche ich einen etwas flacheren Kessel. Wie wirkt sich aber dieser flache Kessel dann letztendlich wieder auf meinen Ton aus? Das sind alles Fragen, die gehen nur herauszufinden, indem man eben viel ausprobieren kann. Es gibt natürlich auch Spezialisten auf dem Bereich. Da fällt mir zum Beispiel die Firma Bresselmayr ein, beziehungsweise auch Tilz und andere Mundstückhersteller, die natürlich auf dem europäischen Markt vertreten sind, die man eben auch greifbar hat, beziehungsweise wo man auch anrufen kann und sich beraten lassen kann, beziehungsweise vor Ort einen Termin ausmachen. Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als eben auszuprobieren. Eine wunderbare Möglichkeit ist natürlich auch immer, sich mit Kollegen zu unterhalten und dementsprechend hat der ein oder andere Trompeter bestimmt mehrere Mundstücke zu Hause, wo man sich auch das ein oder andere mal ausleihen kann, um eben zu experimentieren, um herauszufinden, ob dieses Mundstück XY besser ist für einen natürlich als das andere. Also eine universelle Aussage zu treffen, das ist so ein Standard-Mundstück, das wirklich jeder haben sollte und da spielt jeder damit, das ist immer schwierig, weil schließlich hat jeder ein anderes Trompete-Spiel beziehungsweise auch einen anderen anatomischen Aufbau und da sollte das Material eben idealerweise für den einen Augenblick, auf dem wir uns eben dann befinden, auch gut zugeschnitten sein. Das heißt, ich bin der Meinung, ein hundertprozentig ideales Mundstück werden wir wahrscheinlich nie finden, weil sich immer etwas verändert, beziehungsweise man immer wieder auch in anderen Formationen, Besetzungen und mit Musikern unterschiedlichster Leistungsstufen auch zusammenspielt. Das heißt, da gehe ich immer davon aus, dass der Trompeter, der Musiker, sich eben aufs Kollegium einschießt, beziehungsweise auch einstellt und da gehört das Material auch dazu. Ein Mundstück kann ich wesentlich schneller natürlich tauschen als zum Beispiel die Trompete. Also allein der finanzielle Aufwand ist da natürlich schon was ganz was anderes. Aber jetzt möchte ich euch natürlich auch zeigen, wie unterschiedlich Mundstücke auf der einen gleichen Trompete klingen können. Also ich habe hier meine Standard 43er Bach und jetzt habe ich hier ein Bresselmayer Mundstück und wie gerade eben schon gesagt, also ich habe hier oben ein 3C Rand. Das ist ziemlich praktisch bei diesem Mundstück. Das kann man austauschen und dementsprechend natürlich auch mit anderen Rändern zusammenschrauben. Also hier einmal ein 3C Rand. Dann haben wir hier ein Kessel, jetzt G3W vom Bresselmayer und was hier auch ganz spannend ist, man kann unten noch den Mundstückschaft abschrauben. Das heißt, auch da kann ich variieren und dementsprechend zum Beispiel Kessel, Rand oder eben Trompetenschaft austauschen beziehungsweise andere auszuprobieren, um eben zu erfüllen, um zu erspielen, welcher Mundstücktypus, Schafttypus, Kesseltypus, Randtypus für mich in dem aktuellen Moment eben gut ist. Also das ist jetzt ein 3er Mundstück, 3er Rand. Das wird wahrscheinlich einen ziemlich guten Ton haben, der wird facettenreich sein, groß und voluminös, wird mich wahrscheinlich aber in der Höhe etwas weniger unterstützen. Das heißt, wenn ich nach oben zum C-Spiele zum Beispiel oder auch darüber hinaus, werde ich wesentlich mehr arbeiten müssen, als bei gleich anderen Mundstücken, die ich euch vorstelle. So, los geht's. Einmal der Höreindruck mit diesem Mundstück. So, jetzt gehen wir zum anderen Mundstück, zu meinem Mundstück, das ich aktuell sehr, sehr gerne spiele. Das ist ein MMP Classic Line Modell 6. Da habe ich das Gefühl, dass ich in unterschiedlichsten Besetzungen aktuell sehr, sehr gut klarkomme, auch beim Trompete spielen, auch mal drüber hinausgehen kann, mich vom Klang gegen zum Beispiel drei oder vier Flügelhörner auch durchsetzen kann, ohne dass ich zu viel arbeiten muss. Aber auch die Intonation ist gut, die tiefe Lage ist drauf und das geht auch in der hohen Lage einigermaßen. Man muss natürlich arbeiten, das ist ganz klar, aber es ist wesentlich angenehmer zu spielen in der hohen Lage, als zum Beispiel das Besselmaier 3er Mundstück, das ich gerade eben gespielt habe. Hier auch einmal der Klangeindruck. Allein schon der erste Ton hat für mich den ersten Eindruck, der Ton ist wesentlich präsenter. Das heißt, er hat etwas mehr Kern in der Mitte, ist auch nicht ganz so voluminös wie das Besselmaier Mundstück gerade eben, aber ich habe sofort ein gutes Feedback auf der Lippe und habe das Gefühl, der Ton, der kann sich durchsetzen. Auch die tiefe Lage ist drauf, ohne dass ich großartig darüber nachdenken muss. Die Töne sind einfach alle da, da fühle ich mich wohl drauf. Natürlich spiele ich das schon seit ein paar Jahren und weiß dementsprechend, was ich machen muss und das Besselmaier Mundstück spiele ich seit wesentlich kürzerer Zeit und dementsprechend habe ich natürlich da weniger Fertigkeiten als auf diesem Mundstück, aber dennoch, der erste Eindruck ist erstmal da, dass ich mir zum Beispiel persönlich dieses Besselmaier Mundstück nicht besorgen würde. Dafür sehe ich einfach zu wenig Vorteile gegenüber meinem aktuellen Mundstück. Es geht weiter. Es gibt natürlich auch noch wesentlich flachere Mundstücke. Ich habe zum Beispiel hier mal eins von Hablowetz, Meister Hablowetz, ein H1J, wenn ich es euch in die Kamera zeigen kann. Ziemlich flach dieses Mundstück und ihr seht auch, es geht erstmal los mit dem Kessel und danach kommt nochmal ein Trichter und die Seele ist wesentlich weiter unten. Das heißt, Mundstück, das wahrscheinlich vom Klang her eher klein, eher eng sein wird. Es wird mich in der hohen Lage wahrscheinlich unglaublich gut unterstützen. Wahrscheinlich liegt die Schwierigkeit in diesem Mundstück eher, dass sich die Töne, wenn ich nach oben gehe, nicht überschlagen und schon in den nächsten höheren Naturton springen möchten. Heißt aber am Umkehrschluss auch wieder, ich werde in der Tiefenlage, gut, dafür ist das Mundstück natürlich auch nicht gebaut, aber im mittleren beziehungsweise Tiefenregister wenig Kontrolle haben beziehungsweise nur noch sehr vor sich diese Töne auch spielen können. sehr hell vom Klang her. Geht jetzt noch in der Tiefenlage, aber ich merke schon, ich muss zu viel machen, damit die Töne unten in der Tiefenlage wirklich rund klingen. Ja, man bekommt die Töne noch raus, aber jetzt rein vom Spielgefühl her, man merkt richtig, das Mundstück ist nicht für diesen Bereich gemacht. Also tiefe Lage, alles was unter dem kleinen Zeh ist, ist schon eine heikle Angelegenheit. Ich muss aber sagen, ich bin positiv überrascht, dass ich die Töne auf dem Mundstück überhaupt noch rausbekomme. Wenn ich jetzt nach oben gehe, einfach mal eine Turton gebunden bis zum C. Ich muss kaum was machen und ich bin schon oben. Also unglaubliche Erleichterung in der anfänglichen hohen Lage und ich werde auch merken, jetzt wenn ich über das C hinausgehe, also einfach mal bis zum D, S und wieder zurück, ich werde wesentlich weniger Arbeit brauchen als zum Beispiel auf den beiden vorhergehenden Mundstücken. Also unglaublich leicht, was da oben abgeht. Mir gefällt der Klang von dem Mundstück einfach auch nicht und ich habe aktuell, wenn ich ehrlich bin, auch keine Besetzung, bei der ich dieses Mundstück spielen könnte. Ich habe es natürlich trotzdem hier im Keller, weil ich einfach öfter mal ausprobiere, wie klingt es dann nach oben hin, F und G und so weiter und so fort. Also alles, was dann oben weg geht, ist auf so ein Mundstück einfach wesentlich leichter zu spielen. Aber ihr habt auch gehört, dieses Volumen, was die anderen beiden Mundstücke hatten, mitgebracht haben, ist auf dem Mundstück nicht der Fall. Ja, man braucht Kontrolle, man braucht die hohe Lage und dafür ist dieses Mundstück geeignet. So, wir gehen weiter zu einem anderen Mundstück. Das ist jetzt ein Holten Mundstück, MF3. Auch ein ziemlich enges Mundstück. Das heißt, der Kesseldurchmesser ist ziemlich klein, hat auch einen mittelflachen Kessel beziehungsweise fällt trichterartig nach innen, also kein Kessel, wie man es kennt, sondern es ist wirklich ein Trichter, der nach innen die Luft führt, ist vom Klang her auch ziemlich eng, aber auch hier in der hohen Lage wieder eine gute Unterstützung. Nicht so extrem, wie gerade eben das Hablowetz-Mundstück, aber dennoch eine Unterstützung. Gefällt mir vom Prinzip her weniger. Ich habe es hier schon viele Jahre in der Schublade liegen. Zum Ausprobieren immer ganz nett, aber der Kesseldurchmesser ist mir einfach zu klein. Für euch ein Klang. Also, das, was ich jetzt an Luft reinpuste, ist schon Maximum. Ich kriege nicht mehr Luft rein. Ich merke richtig, dass wenn ich jetzt noch mehr reinblasen würde, dass das Mundstück nicht mehr aufnehmen kann. Geht nach oben auch ganz gut, aber im Vergleich zum Hablowetz-Mundstück wesentlich mehr Arbeit wieder notwendig. Und ich habe hier auch das Gefühl, für mich nicht ideal dieses Mundstück, weil ich Blas gern mit etwas mehr Luft als dieses Mundstück aufnehmen kann. Nicht wesentlich mehr, aber ich habe das Gefühl, dass ich einfach die Luft nicht durch dieses Mundstück bekomme, so wie ich es gerne haben möchte. Also hier auch ein enger Klang. Klingt sehr brillant. Das auf jeden Fall. Aber ich merke, dass ich aufhand von dem Mundstück einfach keine Kontrolle habe. Mir gefällt der Klang auch nicht. Unterstützung in der hohen Lage, ja. In der tiefen Lage. Kaum Kontrolle da. Gut, auch dieses Mundstück ist nicht für diese Lage gebaut. Das muss einem einfach klar sein. Also so ein flaches Mundstück wahrscheinlich für einen Musikverein, für ein Symphonieorchester überhaupt nicht geeignet. Außer man nimmt das Mundstück mal ab und kann dann zum Beispiel die hohe Lage von den symphonischen Tänzen von der Westside Story zum Beispiel mal spielen. Das bewegt sich ja sowieso so um das C3 herum auch ein bisschen nach oben. Da kann einer das unterstützen. Wobei, da würde ich wieder das Hablowetz-Mundstück nehmen, weil mir der Klang einfach besser gefallen hat und ich mehr Sicherheit hatte. Da hatte ich wirklich wenig Kontrolle. Das muss ich sagen. Jetzt gibt es natürlich auch noch Mundstücke, die wesentlich schwerer sind. Sogenannte Heavy-Mundstücke. Ich habe auch eine Zeit lang mal Megaton-Mundstück vom Bach 3C gespielt. Hat auch mit der Trompeterin, mit der ich damals zusammen gespielt habe, sehr gut harmoniert. Die hat genau das gleiche Mundstück gespielt und auch eine Bach-Trompete, also klanglich war das wirklich 1A. Habe aber auch beim Spielen immer gemerkt, ich würde mich primär jetzt nicht für dieses Mundstück entscheiden. Und als ich dann wieder auf ein normales 3C damals gewechselt bin, habe ich so ein richtiges Gefühl gehabt von, es fällt mir eine Last ab. Das heißt also, diese Heavy-Bauart bringt wirklich ein bisschen anstrengendes Spiel mit sich. Wenn man spielt, fällt es einem gar nicht so extrem auf. Ich habe gemerkt, es wird einfach so ein 4-5 Stunden Auftritt am Ende wirklich anstrengend. Und als ich damals dann dieses 3C-Mundstück drauf gemacht habe, also nicht die schwere Ausführung, habe ich so richtig gemerkt, oh, jetzt geht es wieder. Und das war für mich Beweis, okay, dann ist es das Megaton-Mundstück für mich nicht. Ich habe aber hier noch ein paar, die ich euch zeigen möchte. Allen voran hier ein Monette-Mundstück. Das ist jetzt hier BLMS 1. So, zum Ausprobieren habe ich das mal gestellt bekommen vom Kollegen. Unglaublich gute Qualität. Also das muss ich sagen, schon beim ersten Ton, den ich auf dem Mundstück gespielt habe, habe ich gemerkt, mein Gott, was hat ein Monette für eine unglaublich gute Qualität in Sachen Mundstückbau. Top! Also wirklich unglaublich gut. Das Mundstück ist nicht meins. Also vom Spielen her, es gehört mir auch nicht, aber es ist einfach nicht meins. Also ich habe drauf gespielt und es ist faszinierend, was dieses Mundstück kann, was es für einen Klang mit sich bringt. Aber ich merke auch, meine Lippen sind nicht für dieses Mundstück gebaut oder umgekehrt. Und wenn die Töne da sind, das klingt sehr hell, merke ich, der Mundstückrand ist mir zu breit. Eine kleine Spur zu breit. Aber ich kann in der tiefen Lage schon wesentlich mehr machen als gerade eben bei den flacheren Mundstücken. Und der Klang bin ich der Meinung jetzt in der tiefen Lage und auch in der zweigestrichenen Oktave sehr gut. Gleichbleiben vor allem. Also der Ton ändert sich nicht. Die Klangfarbe bleibt identisch. Fühlt sich ganz gut an und ich habe ja gerade eben schon davon geschwärmt, eine unglaublich gute Qualität. Ist ein gutes Mundstück. Ich bin aber der Meinung, dass es für mich nicht ganz passend ist. Ich würde eher einen spurschmäleren Rand bevorzugen. Die Wölbung finde ich absolut gut. Die Innenkante finde ich auch in Ordnung. Eventuell würde ich mir vom Kessel her nochmal ein Modell ausprobieren, was ein klein bisschen tiefer ist, um auszuprobieren, wie das in der hohen Lage aus der C3 und drüber welche Kontrolle es mit sich bringt beziehungsweise was ich an Arbeitsaufwand hineinstecken muss, dass diese Töne dann auch wirklich kommen und vor allem gut intonieren. Das ist ja auch immer eine wichtige Sache, dass das wirklich gut stimmt, gut klingt und man sich am Schluss natürlich noch wohl fühlt. Wobei ich es immer in umgekehrter Reihenfolge aufbauen würde. Ich muss mich erstmal auf dem Mundstück wohlfühlen, weil er soll Spaß machen, dass wir unser Instrument spielen und das Mundstück kann uns wirklich entscheidend dabei unterstützen. Jetzt noch ein Mundstück von Schilke. Ich habe hier ein 15er, auch in Heavy Ausführung. Sehr schwer, sehr schwer das Mundstück, das muss ich sagen. Also wesentlich schwerer als Megaton, als Monette. Dieses 15er Schilke, ich habe es auch nochmal, ein 15A4 und 15A4A da. Auch ein 14er Modell in Heavy ist mir zu schwer vom Spielen her. Macht einen guten Ton, keine Frage. Ganz anderer Klang als das Monette. Vom Volumen her in Ordnung, aber der Rand ist mir einfach zu schmal und die Innenkante ist mir ein bisschen zu scharf, dadurch, dass eben der Rand etwas schmaler wird, habe ich das Gefühl, er nimmt zu wenig Platz auf meinen Lippen ein, beziehungsweise auf dem Lippenweiß ein. Würde ich mir in dem Fall etwas breiter wünschen, aber ihr seht, so viele Faktoren, so viele unterschiedliche Mundstücke und doch ist immer irgendeine Sache, die nicht ganz stimmig ist. Und das ist eben diese Schwierigkeit, dass man immer wieder dran bleibt, auch unterschiedlichste Mundstückhersteller ausprobiert. Also ich habe jetzt allein schon euch hier in dem Video fünf verschiedene Mundstückhersteller vorgezeigt und das sind die großen wie Bach oder die Clear-Mundstücke, die eben hier auch sehr gerne gespielt werden oder Yamaha-Mundstücke noch gar nicht dabei. Da habe ich auch noch viele hier in der Schublade liegen, aber einfach mal diese unterschiedlichsten Mundstücke in diesem Video präsentiert, damit ihr einfach mal auch einen klanglichen Eindruck bekommt, wie unterschiedlich diese Mundstücke auch klingen. Eine Sache möchte ich nicht vergessen, wenn wir zum Beispiel mal dieses Bresselmayer-Mundstück haben und ich diese drei Komponenten auseinandernehmen kann, kann ich natürlich auch oben unterschiedlichste Materialien benutzen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen vergoldeten Rand, also einen 3C-Rand und den gibt es vom Bresselmayer auch noch in Titan. Hat ein bisschen vom Gefühl her schnellere Temperaturaufnahme, das heißt, es kühlt nicht so schnell aus, fühlt sich ziemlich angenehm an der Lippe an und man ist da einfach sehr, sehr flexibel und kann dementsprechend auch mit verschiedensten Komponenten einfach arbeiten und anhand von einem Mundstückhersteller verschiedenste Faktoren. Also ich finde das eigentlich eine gute Idee. Ich habe selber kein Mundstück, das man auseinanderbauen kann und verschiedenste Komponenten, weil ich aktuell eigentlich mit meinem MMP Classic Modell 6 sehr, sehr zufrieden bin und ich auch eben solche Bereiche, wo ich dieses Mundstück spielen würde, auch schon mit meinem Mundstück abdecken kann. Aber vom Prinzip her und wenn man zum Beispiel bei Musikhäusern, die eben diese Bresselmayer Mundstücke vertreiben, ausprobieren kann und dementsprechend auch unterschiedlichste Kombinationen ausprobieren kann, finde ich das eine unglaublich gute Sache. Wie gesagt, da spielen unglaublich viele Faktoren eine Rolle. Zum Schluss nochmal, ist der Kessel gewölbt oder ist er nicht gewölbt? Ist er breit oder ist er eher schmal? Wie ist die Innenkante? Wie ist die Kessel? Wie ist der Kessel gebaut? Ist der Kessel tief? Ist er flach? Wie ist der Kessel Durchmesser? Wie ist der Luftdurchlass von dem Mundstück? Das heißt, die Bohrung, die Seele, die wir hier innen drin haben. Wie ist die Backbohr? Hat das Mundstück eine Turbo-Bohr, also eine spiralförmig angedrehte Bohrung im Schaft beziehungsweise in der Backbohr? Hat nochmal Einfluss auf die Luftdurchlass und hat natürlich dann dementsprechend auch Auswirkungen auf Lautstärke und auf Klang von dem Mundstück und dementsprechend muss man sich auch entscheiden, spielt man gerne ein Heavy-Mundstück oder macht man eben eher die konventionelle Art und Weise? Also, es gibt so viele Informationen zu Sachen Mundstücken, unterschiedlichste Hersteller, tausende, wahrscheinlich tausendste verschiedene Mundstücke und da heißt es einfach ausprobieren, ausprobieren und nochmal ausprobieren, bis man eine Idee hat von in welche Richtung soll es denn gehen und passt das Mundstück klanglich zu mir und in dem Kollektiv, in dem ich musiziere, Solo, Ensemble, Orchester, Big Band, welches Orchester, welche Musikrichtung, Funk oder eher klassisch, da gibt es so viele unterschiedlichste Variationen, wo das Mundstück mich einfach beim Spielen unterstützen kann. Ich hoffe, ich habe in dem Video nicht zu sehr verwirrt und konnte dir etwas weiterhelfen in Sachen Mundstückwahl beziehungsweise konnte dich animieren, auszuprobieren, welches Mundstück denn für dich gut geeignet wäre beziehungsweise auf welche Faktoren es einfach auch ankommt. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freue ich mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete-Spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.